Und darf gleich den nächsten und das ist gleichzeitig dann auch die letzte Präsentation dieses Abends ankündigen. Es geht um The Pavilion House. Das befindet sich aber in der Schweiz, in Buchberg, also gar nicht allzu weit entfernt von hier. Und es stammt von Guus Wüstemann, der es vorstellen will. Guus studierte an der ETH Zürich und gründete 1997 sein eigenes Architekturbüro in Zürich, dem dann 2004 eine Dependance in Barcelona folgte. Wenn er nicht gerade irgendwo auf der Welt unterwegs ist, pendelt er seither zwischen Zürich und Barcelona, wo sein zweiter oder sein eigentlicher Lebensmittelpunkt sich befindet. Vielen Dank, Hubertus. Es freut mich, euch heute das Pavilion House vorzustellen. Das Haus befindet sich in Buchberg, einem ländlichen Dorf in der Nähe von Zürich. Die Typologie der Häuser in diesem Dorf wird vom örtlichen Satteldach und den ländlichen Bauhäusern geprägt. Diese Häuser haben traditionell eine massive Basis, eine Holzdachkonstruktion, ein Haus aus Stern und Holz. Das ist traditionellerweise an allen Seiten Fassaden auskragend, wodurch eine überdachte Außenzone vor dem Haus entsteht. Hier der wunderbare Kontext, der schöne Bauplatz in Buchberg. Das Spiegelbild der Realität einer uniformen Lebensweise, das Eifelwildenshaus als Manifestation des bürgerlichen Traumes, eine nicht mehr ganz zeitgemäße Wohntypologie, die man sicher hinterfragen kann. Hier gilt Rasen betreten verboten. Was Rasen bedeutet, ist mir heute nicht ganz klar. Wie das Projekt war auch die Dokumentation des Hauses eine Herausforderung, dies trotz der glücklichen Umgebung. Beim ersten Fototermin, wo das Haus mit viel Auf und mit Tüchern vollgehängt, wie ihr seht, und der Bauherr sprang mit einem Plastikspielzeug ins Bild. Das war vorher. Denn die Bauherren wollten Geld für die Fotos und wir wollten das nicht und dann haben wir uns geeinigt. Nun zur Architektur. Die Typologie und Form war vorgegeben. Ein Erdgeschoss mit Giebeldach und Kreuzgiebel. Die Frage war, wie erzeugen wir hier in diesem Umfeld einen Moment von räumlicher Gravitation? Mit einer konstruktiven und strukturellen Durchdringung der Typologie schufen wir neue Schwerpunkte. Es entstand eine Vielschichtigkeit im Ganzen, das Pavillon Dach. Etwas Organisches mit einfachsten Mitteln und rohen Materialien. Das Pavillon Haus ist ein Hybrid aus Beton und Holz. Mit einer strukturellen Topografie, die sich dem Programm entzieht. Dadurch verschwinden residenzielle Konnotationen. Addition vom Programm wird vermieden. Was bleibt, ist ein Gefühl von Wohnraum, pardon, als überdachtem Außenraum. Ähnlich einer Scheune haben wir einen großen, offenen Raum über dem Erdgeschoss geschaffen. Die Hälfte dieses Erdgeschosses ist Innenraum und die andere Hälfte Außenraum. Beides vom Dach überdeckt. Im Sommer verdoppelt sich die Wohnfläche, indem man die Schiebefenster öffnet und sie die Bereiche unter dem Pavillon vereinen. Der Raum entzieht sich, wie gesagt, Programm. Alles ist unter dem Pavillon Dach. So entsteht Raumdichte. Im Grunde sehen wir, das Pavillon Dach überragt alle Bereiche des Wohnens, Innen wie Außen. Die spezifisch applizierte Betonstruktur lässt Programme erahnen, wie der betonierte Teil in der Dachfläche, der den Balkon im Obergeschoss aufnimmt. Die horizontale Auskrabung des Daches erweitert den Übergang zur Umgebung. Im intimen, massigen Teil, wie hier, gibt es wiederum eine Topografie, die die Peripherie belebt und mit Content füllt. Hier die Feuerstelle. Einbetonierte Sitzbänke. Die Fassade. Die Fassade wird zum Ausgangspunkt für den Innen- und den Außenraum. Hier sehen wir, wie die Topografie dann bis nach vorne führt. Wiederum die Betontopografie, die mit einer Sitzbank sich kommunikativ dem Raum zuwendet. Den Raum zum Hang abschließt und sich von der Feuerstelle bis zur Außengalerie durchzieht. Alles ist Topografie. Die Verglasung lässt das Dach weiterziehen. Die Betonritten stehen auf der Wand. Blick zurück in den zweigeschossigen Außenraum mit der Galerie unter dem Pavillon-Dach. Trotz der endlosen Weite wird der Raum so gehalten und Intimität erzeugt. Schön zu sehen, der Kniestock aus Beton und wie sich das Programm von Galerie aus Holz in die Struktur des Betonskeletts einbettet. Hier der topografische Aufstieg auf die Galerie im Außenraum. Teile aus Holz driften auf den Beton und gänzen sich. Eine hybride Topografie anstatt einer Treppe. Landschaft anstatt architektonischer Konnotation. Alles ist Ort. Bild hier unter dem Dachraum gut ersichtlich das konstruktive Konzept. Betoniert der Kniestock mit dem darauf aufgelagerten, als Holz vorbefabrierten Dach. Wie Inlays ergänzen sich die konstruktiven Protagonisten und erzeugen Raummomente. Es erscheint alles roh, einfach und doch fein, sodass das Programm des Wohnens im Raumgefühl integriert wird. Hier sind wir auf der Galerie der Scheune, quasi in der Schönheit des Einfachen. Im Grunde seht ihr die drei Schlafzimmer, dann der doppelgeschossige Dachraum und der Galerieraum und ein Schnitt dazu. Hier ist dann der Blick von der Galerie über den zweigeschossigen Dachraum in das Dachgeschoss aus Holz. Man sieht das Badezimmer und Schlafzimmer mit einer Fassade in den Innenhof. Es ist eine innere Fassade, die ähnlich eines maurischen Hofes die Kommunikation im Inneren ermöglicht. Total geschützt von Einblicken von außen. Wieder nach draußen, hinten rum, der fliegende Kniestock aus Beton mit ausgeragertem Dach, giebelseitig. Alles roh, Beton Typ 2 natürlich, Holz und Kupfer. Das Dach wurde gemäß Grenzabstand zurückgetrimmt, was im Ganzen einen interessanten asymmetrischen Moment bescherte. Auch hier wie der Rasen passierte hier nicht zum Pavillonhaus. Zurück im Kontext. Auf den ersten Blick ist das Pavillonhaus von den anderen Häusern fast nicht zu unterscheiden. Wir mussten quasi im Versteck nach der Tour denken. Das wurde allen, auch den Bauern erst am Schluss bewusst. Man sieht schön, wie sich die Morphologie von Konstruktionen und Programmen differenziert abzeichnet. Massige Beton-Teile im Intimteil, Holzeinbauten und so weiter. Jetzt zurück in unserem mythischen Universe im Nebel und Twilight, so wie wir Tiefe und Stofflichkeit verstehen. Abseits von all den gesellschaftlichen und architektonischen Konnotationen, Einfachheit und Rohheit reichen uns als Poesie. Es gibt keine Hierarchie von Materialien, High-End oder Low-End, Birchett, sondern nur Materialien. Und noch den Dank ans ganze Team, an Bianca Kilian, die Projektleiterin, die auch hier ist, Jutta, die Fotos von Bruno Helbling und ein besonderer Dank gilt dem Polier, Samuel Janser, der traurigerweise bei einem schrecklichen Verkehrs- und Fall ums Leben kam. Herzlichen Dank. Applaus 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 Danke. Applaus Applaus